ich grüße dich schön dass du eingeschalten hast ja ich bin glücklich damit weil ich habe einen player gefunden mit dem ich musik hören kann mit dem ich auch weit darüber musik hören kann also etwas lauter als wie sonst und meine frisur ich hab's ich habe so gemacht damit ich eine seite das habe und auf der anderen seite nichts also es hat nichts mit euch zu tun und ich möchte halt wie gesagt erwähnen es gibt nette menschen und ich versuche immer nett zu sein aber man kommt bei den anderen menschen halt nicht durch das ist so wie wenn man sagen wird ich möchte nicht ich habe ein paar ziegelsteine im magen so viel das manchmal an aber ich finde mich halt damit zurecht ihr wisst ja es gibt gute leute es gibt schlechte leute es gibt nette leute es gibt blöde leute und so weiter und so fort ich möchte nicht darauf näher eingehen und wünsche euch somit einen schönen angenehmen tag und ja unverhofft kommt oft würde man auch hier sagen und lasst mir daumen nach oben bis morgen